Jo, ich begrüße euch zum nächsten Trailer. Ja, ein Punkt ist, dass ein gewisser Prozentsatz von FFP2-Masken der Nachprüfung durch die kann nicht standhalten. Dann gibt es was über den Rechtsanwalt, dann über den Polizisten, dann auch viele Videos, wirklich die nach wie vor immer wieder den Wahnsinn untermauern. Gut, das ist natürlich dann zu schauen bei VK Babichu, die sich den Trailer bei WegnusTV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.